so da sind wir wieder zurück bei dem controller brauche ich gar nicht dafür wir werden zurück beim mass effect, da wollen wir ein bisschen weitermachen mit dem datapad einfach und wir brauchen ihn ich tue was ich kann das ist schon creepy ja das stimmt wohl sie sagte sie sei im pylos nebel beim projekt skarabäus ich gucke die halt auch einfach gar nicht sag mal sag mal mein gott jetzt stirb ist es ja wohl so dann machen wir immer das machen wir immer das ja die sind halt auch krank jetzt muss ich den nochmal wieder beleben weil er sonst hier bleibt da muss ich wahr sein geht einfach da runter als ob das an der treppe sein muss wir sind weg hier tschüss war really nett mit euch warum ist die da hinten die sollte doch zum shuttle gehen ach scheppert der alte gentleman die dunkelheit wird nicht durchbrochen verbindung halten hören sie ich habe sie gefunden und die reaper sind direkt hinter mir sie haben sie gebracht sie sind eine bedrohung na das stimmt allerdings es gibt keinen krieg es gibt nur die ernte haben wir genug teilerfassung verbindung zur eingrenzung der suche halten wir sind so viel schuss drin das ist so insane was soll denn hier dazwischen kommen kam racht der restaurante oder was kam was dazwischen also die hören sich an die schweine ich habe feindkontakt unter beschuss ja gut was soll ja ich mache ja gut was soll ich jetzt machen ich bin auf dem weg sagen wir was wie es ist gut ding will weiter haben ich schaff das schließe luke beginne tauchgang in 3 2 1 schwierig was ist das was ist das kleines gespräch kleines gespräch das ich musste sie finden das ist nicht ihr gebiet ich hab's verstanden helfen sie den zyklus anzuhalten ich habe ihren geist durchforstet sie sind eine anomalie werden unsere macht begreifen sie werden unsere sklaven sein Heute zahlen Sie Ihren Tribut im Blut. Shepard ist zurück. Cortez, wie sieht's aus? Wir können los. Ich weiß nicht, was der Commander gemacht hat, aber der Impuls ist offline. Verdammt, da nähert sich ein Reaper! Ah! 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 Nein... Stimmt, Immersed Tessier Mod. Keine Ahnung was das ändert. Das war auch eine geile Mission eigentlich. Geld? Geld? Naja Commander Shepard ist unser... Gott, was macht ich mit dem jetzt ey. Der hält ja 38 Millionen aus. Och man, der muss ja mal näher kommen. Können wir gleich kuscheln ey. Bis es hier so weiter geht. Toll und Javik ist wieder am Tod sein. Super ey. Javik, du machst das. Ne, mein Belieferungsvergebens gewesen. Nun. Sehr blöd gelaufen jetzt. Oh nee, der lebt noch. Ja, guck mal Strom. Strom. Strom vom Himm. Ich muss dann aufpassen. Das ist nicht, dass die Gleichung aber vor mir steht. Na klar. Warum nicht, ne? Ich denke ich halt auch. Moins. Äh, irgendwas werde ich damit bestimmt treffen. Ich denke auf jeden Fall schon. Oh. Ich kann ja doch nicht richtig erzielen. Ist auch schwierig, ne? Ne Probleme hat es cool. Oh, da habe ich das Leben kurz gesehen, aber ich weiß nicht wie viel Leben du noch hast. Wahrscheinlich zu viel. Scheiße, die hat die ganze Zeit Barriere gehabt. Das ist ja auch dumm. Lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Was war zu ihrer Zeit mit dem Tegel? Warum haben die Proteane ihn nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Sie. Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit ihnen sprechen. Ja, ja. Ich finde den Endkampf gegen ihn auch übelst nervig. Mit den 23.000 Leuten, die da noch dazukommen. Und auch. Aber du scheiterst ja auch. Du bist nicht der Gute. Du erklärst dir das? Es kann nur ein Ende geben. Das ist auch Sorts-Like. Kennt man doch. Aber die VE sagen sie auch dumm, anstatt dass sie einfach in den Anzug direkt geht. Zwei krasse Biotiker, die können gegen den nichts machen. Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein. Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind ihre beste Chance auf Erfolg. Ach so, Panzerung auch noch? Muss man nehmen sowieso Panzerung. Dann habe ich wohl nichts gesagt. Aber wo ist denn der andere Pylon, Alter? Ich sehe den gar nicht. Den Kampf könnte ich vielleicht auch ein paar Mal machen müssen. Ja gut, der hat halt keine Sprechrolle, weil die ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Ach du Scheiße, jetzt kommt ja das noch stimmt. und Shepard, der auch die Sleid of Holiness. Hä? Ui! Sehr gut. Kann ich hier eine Waffe haben, bitte? Danke. Ich frage mich ja, wo die denn her haben. Ich muss hier schnell weg, weil die hauen mir in die Fresse. Spass, die äh, mit einem richtig hart auf Keks, ne? Was macht der denn da? Kackt der sich gerade in die Hose oder was? Das Problem ist, der eine, der noch übrig ist. Der nervt halt gerade ein bisschen. Danke. Oh. Meine Fresse. Was ist mit Edi los? Das war für Thane, du Hurensohn. Ganz schön harte Worte von Shepard. $9,000 und $10,000. $14,000. $20,000, $11,000 in den Auslandern. Das ist grünlich.